Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Nach langer Zeit ist es endlich mal wieder soweit für ein neues Video. Und sehr viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal mit dem Yusuf zusammenspiele. Und hier ist auf jeden Fall ein Ausschnitt aus meinem Stream. Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, wer der Yusuf ist. Also Yusuf ist ein elfjähriger Junge, der eine sehr, sehr süße Stimme hat. Und ja, wir wollten halt in Random Teams ein bisschen rein trollen. Allerdings wurden wir leider gestreamsnipt und dementsprechend dachten wir uns, trollen wir jetzt den Streamsniper ein bisschen als Strafe, sind wir ein bisschen gemeiner. Und Yusuf hat halt spontan mitgemacht, das war wirklich sehr, sehr lustig. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet für den Algorithmus und natürlich auch ein Abo, damit ich auch jetzt bald die 100.000 Abonnenten erreiche. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Ansehen und bis zum nächsten Mal. Nein! Sorry. Geht's da? Ja. Der Streamsniper. Voila! Und dann schwebt der, der, der hat sich sogar als Brünschen. Oh Mann. Ich bin da. Egal, dann wird es eine schnelle Runde. Wir sind auf jeden Fall Gegner. Ja, wenn der auf seinen Namen drauf, also auf den Prophet drauf tritt, da untersteht die jetzt, weil du hast mir das Grund. Ja, 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 ja. Boah, hier ist die Kacke unnormal am Dampfen. Würden wir rüber? Ja, können wir. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich bin so tot. Hallo, hältst du mich? Ich bin so tot. Ja, ich kann nicht machen. Ich hab nur eine Freude. Ehre genimmt. Hier ist noch einer. Was meint ihr? Was? Wie heißt du? Ich? Als Daniel. Wie viele sind denn hier bitte gelandet? Weiß nicht. Oh oh. Oh oh. Bitte, bitte, ich brauche Schwere. Ich hab gar nichts. Ich hab einen Pampfschuss. Perfekt. Ich hab gar nichts. Ich hab nicht mehr nichts. Ich sag euch ganz ehrlich, kritische Angelegenheit. Die Letzte. Wie viel Lack kann man haben und sich nochmal treffen. Wir müssen mal Yusuf helfen. Ich will ihn auf Yusuf. Oh oh oh. Oh oh. Da muss ich weg. Er will mit Yusuf. Aber ich hab selber keinen. Ich muss ihm helfen. Hey Mann. Wieso liegen ich? Er ist mein Freund. Yusuf ist mein Freund. Ich kann ihn nicht in den Stich lassen. Der ist nicht sehr cool. Ich bin dein Freund. Der ist dein. Kannst du meine Anfrage schenken, bitte? Irgendwo bist du leise. Hier ist immer noch der Gegner. Alexa, bin ich leise? Redet hier jemand die ganze Zeit? Yusuf? Die Lexa. Ey, hinter mir. Die Lexa, hallo? Der ist da. Ich hab keine Münze für Pann. Warte, ich kann hier ein bisschen liegen. Da ist du mich? Hier, hier, hier. Jungs, lass ihn mal hier sein. Die Lexa? Wo ist der? Wo ist der? Warum redet du? Ey, der ist hier drin. Jungs, er ist im Gebäude. Wo ist der? Der ist im Felsis. Bei mir, bei mir, bei mir. Hallo, hört ihr mich? Die Lexa, hallo, hörst du mich? Yusuf lass weitergehen. Unser Teammate hilft uns ihr eh nicht. Komm. Nein, bitte, nein. Komm, Yusuf. Bitte, nein. Aber lass den Glück noch holen. Nein. Bitte, bitte, bitte. Komm, lass abholen. Ich weiß, dass ihr mich hört. Bitte. Lass den liegen. Bitte, nein, bitte. Die Lexa, bitte. Bitte, ich bin ein Glück, dann bitte. Lass mich nicht. Bitte. Ich gucke mir gerade dann zu ihm. Ey, wieso redet der nicht? Ey, Mann. Ihr ignoriert mich. Okay, ich hol den. Ja, komm. Hol mir den. Aber wir nutzen den aus, okay? Check. Hallo, hört. Ey, aber hört ihr mich wirklich nicht? Ey, gut, da ist die Pandemie. Warte, hier. Da habt ihr ein bisschen gegeben. Hast du den ausgenutzt, Yusuf? Ich hab's ihn gescannt. Du hast ihn gescannt? Jawoll. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich hab's ihn gescannt. Die Lexa, die Lexa, ich weiß, dass du nicht fährst, weil ich im Stream mich selber hörte. Oh, die Zone kommt. Lass mal schnell Rift benutzen. Yusuf, wo bist du? Ja, warte, ich hab hier. Ihr könnt mich dann ausnutzen, nur ich nicht. Ey, der hat ein Rift. Lass den mal ausnutzen. Komm, Yusuf. Ich hoffe, er benutzt. Wenigstens bin ich bei euch vorbei. Auch wenn ihr mich ausnutzt. Ich weiß, ich weiß, dass ihr nicht hattet, weil ich im Stream bin. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Sounds gemacht habe, aber irgendwie kann ich... Chat, hört ihr den? Also ich kann den irgendwie nicht hören. Ich weiß nicht, irgendwas spinnt mit meinem Spiel. Ich hab irgendwie eingestellt, dass ihr die Musik hören könnt, aber ich nicht. Und jetzt höre ich auch den Ton von meinen Mates nicht. Außer von Yusuf, weil ich mit ihnen reingegangen bin. Ich auch nicht. Nee, ich höre auch nicht. Hä, das ist voll komisch. Hä, die hört mich. Hä, Mann, die Lexa. Hä, das ist voll komisch. Ich verstehe es nicht. Yusuf, hier sind noch Bären. Die Lexa, bitte. Niemand hört nichts. Ihr irriteriert mich nicht. Ich hätte gerne mit dem geredet, aber was soll ich machen? Die Lexa, bitte. Bitte, nein, ignorier mich nicht. Wartet mal. Ich steck mal kurz mein Headset ein und aus. Welch geht's dann? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Kann mich jemand hören? Nee, es redet niemand. Hallo, ist jemand da? Hallo. Ja. Hey, du kannst ja reden. Ja. Warum hast du die ganze Zeit nicht geredet? Ich hab die ganze Zeit geredet. Du bist aber ganz schön leise, kleiner Mann. So, besser? Ja, Yusuf, komm mal her, ich hab einen Fisch für dich. So gut. Ist auch kein, äh, ist auch nicht dein Bruder. Ist dein Cousin. Ist ja. Hier, dein Cousin. Ist du den nicht? Ich muss mal ganz kurz weg, okay? Kann ich euch kurz alleine lassen? Äh, ja. Ja. Gerne. Okay, ihr müsst aber auf mich aufpassen, ja? Ja. Ja. Natürlich. Oh, nein. Ich wusste nicht viel. Alter, wollte ich mich verarschen? Ja. Ja. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ey, ich war gerade am... Danke. Ey, da ist ein Gegner. Bitte hilf mich zu Ende. Wo? Hier, hier, hier. Hier. Wieso macht ihr... Er hat dir wieder eine gute Lenz angerufen. Mann, ey, ich war ganz kurz auf dem Balkon. Ich komm, ich bin am Verbrennen. Ja, Yusuf, ich hab ihm gesagt, er soll es lassen. Er hat gesagt, komm, mit hinten die Läcke. Lassen. Wie alt bist du? Ich? Ja, ich bin 13. Aber ich wirf 13. Ah, ja. Du bist ein ganz schön schnuckeliger. Danke, hast auch schon längstens mal gesagt. Ja, da hat sich meine Meinung wohl nicht geändert. Ja. Ich bin... Ich bin einfach... Ich bin in peace. Oh, oh. Warte. Oh mein Gott. Keiner dead. Okay, gut. Wie immer. Yusuf, ich hol deine Karte. Und diese Pump ist horrendous. Oh, oh. Nein, Yusuf, ich hab aber deine Karte. Für deine Karte hab ich mich geopfert. Ah. Ich brauch Blue Life. Ey, wie kann der mich hier hitten? Nein! 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 Geht nicht. Brauchst was zum Heal! Hab ich nie, ne? Wie OP ist bitte die Waffe? Sehr okay. Und ich hab sie noch nie gespielt. Ich auch nicht. Na, schade. Aber ey, wie geil war bitte die Waffe. Ja, bitte. Aber ich wollte mit Useful Friends spielen. Aber das war wirklich sehr schade, dass wir dich anfangs der Runde gar nicht gehört haben. Wir haben die ganze Zeit über dich gelästert. Ich wusste nicht, dass du so lieb bist. Tut mir leid. Okay. Verzeihst du mir? Ja. Spaß, war nur ein Prank. Ich hab dich die ganze Zeit gehört. Echt? Ja. Ich weiß, ich hab beim Stream gehört. Aber wir haben dich alle getötet. Komm sei ehrlich, ein bisschen hast du geglaubt. Ein bisschen, ja. Am Anfang sehr. Aber tut mir leid. Ich wollte nur ein bisschen pranken, okay? Bist nicht, bist nicht verletzt, ne? Nein, oder? Nö. Okay, dann ist ja gut. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Guten Abend. Ja, ich dir auch.